Auch hier wieder zunächst eine Spoilerwarnung zur dritten Folge von The Bad Batch. Solltet ihr diese noch nicht geguckt haben, dann schaut am besten das Video hier erst im Anschluss daran. Für alle anderen fangen wir jetzt direkt an. In der dritten Episode von The Bad Batch mit dem Titel Die neue Einheit sehen wir zum ersten Mal Infanterieeinheiten des Galaktischen Imperiums, bei denen es sich nicht um Klone handelt. Bei den vier Soldaten, die sich für den Dienst gemeldet haben, handelt es sich nämlich um Freiwillige, die ihren Dienst an der Waffe dem Imperium angeboten haben. Niemand Geringeres als Crosshair soll ihr Anführer werden, ein, nennen wir es mal, zumindest aktuell ehemaliges Mitglied der Bad Batch. Die Ausrüstungen, die sie für ihre erste Mission zur Verfügung gestellt bekommen haben, weisen sehr viele Ähnlichkeiten zu den späteren Rüstungen der Death Trooper auf, oder auch Todestruppler genannt. Die Rüstungen waren nicht nur sehr dunkel, vor allem beim Helm, der von ihnen getragen wurde, fällt direkt das dunkelgrüne Visier, sowie die beiden bildverstärkenden aktiven Impulsemitter auf, die ebenfalls in einem grünen Farbton leuchten. Des Weiteren ist in der Folge die Rede des sogenannten Projektkriegsmantel. Ob es sich hierbei um das Programm der Todestruppler handelt, man weiß es nicht, schreibt mir eure Meinung dazu aber gerne unten in die Kommentare. Die Tatsache, dass es sich nicht unbedingt bei den Einheiten selbst, aber zumindest bei den Rüstungen um Vorläufer zur späteren Death Trooper Rüstung handelt, habe ich als Anlass genommen, euch zumindest kurz noch einmal die Todestruppler sowie ihre Ausrüstung vorzustellen, da mein erstes Video darüber doch schon relativ alt ist und nicht der gewohnten Qualität entspricht. Komplett in Schwarz gehüllt begleiteten die Soldaten dieser Eliteeinheit für den Verteidigungsfall die wichtigsten Einsätze und ran höchsten Offiziere der imperialen Militärhierarchie. Die Schutzeinheiten dienten als Begleitschutz für Offiziere der Tarkin-Initiative, jener geheimen Abteilung, die für die Entwicklung des Todessterns verantwortlich war. Director Orson Krennic wurde nur selten ohne die Soldaten an seiner Seite gesehen. Ebenso dienten sie als Schutz hochrangiger Flottenoffiziere. Sie bestehen aus Leibwächtern und Vollstreckern und werden vom imperialen Geheimdienst rekrutiert. In den frühen Tagen der Rebellenallianz diente eine weitere Truppe von ihnen unter dem Kommando des Kommandeurs der 7. Flotte, nämlich dem berüchtigten Großadmiral Thrawn. Die Death Trooper stammten aus den Rängen der Sturmtruppen und mussten extrem physische und ideologische Standards erfüllen, um zum Todestruppler aufsteigen zu können. Streng geheime medizinische Experimente verstärkten ihre Fähigkeiten und machten die Soldaten geradezu übermenschlich. Ihre Ausrüstung war eine stark verbesserte Version der massenproduzierten Rüstung der normalen Sturmtruppen. Ihre Rüstung bestand aus Plastoid, das mit Refleck einem neuartigen Sprühpolymer überzogen wurde. Refleck verzerrte elektromagnetische Signale, wodurch die Soldaten schwerer zu orten und perfekt für Tateinsätze ausgerüstet waren. Der Helm war mit einer Reihe von fortschrittlichen Sensoren und Zielsystemen ausgestattet, um ein vollständiges Situationsbewusstsein über Kampfgebiete, Feinde und Verbündete zu vermitteln. Ebenso enthielten die Helme Verschlüsselungsgeräte für die Stimmen der Soldaten. Die Truppen wurden je nach Spezialgebiet mit einer Vielzahl von Werkzeugen und Waffen ausgerüstet. Zu den üblicherweise verwendeten Waffen gehörten die leichte Repetierblasterpistole SE-14R, der Blasterkarabiner E-11D sowie das schwere Blastergewehr DLT-19D. Zusätzlich wurden sie mit einer Reihe von verschiedenen Granaten und Thermaldetonatoren ausgestattet. Ausgewählte Sturmtruppler, die in der Ausbildung hervorragende Eignung zeigten, wurden einem speziellen Trainingscamp auf Scarif zugewiesen. Physische Anforderungen waren unter anderem überdurchschnittliche Größe und entsprechendes Gewicht. Aus der harten Ausbildung in ungewöhnlichem Klima gingen Soldaten hervor, die stärker, schneller und zäher waren als die Norm. Die Todestruppler waren viele Jahre im Einsatz des Imperiums. Selbst einige Jahre nach dem Fall bei der Schlacht von Endor diente eine Truppe von Todessoldaten in einem imperialen Überbleibsel unter der Führung von Morph Gideon. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Sollte euch die Übersicht über die Todestruppler gefallen haben, lasst mir gerne einen Kommentar oder Like unter dem Video da. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, dann holt das jetzt sehr gerne nach. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein.